Antipasti, du missverstehst mich. Ich brauch dich nicht zum Servieren der Antipasti. Du selbst bist die beste Antipasti. Frische Zutaten. Ich arbeite als Koch in der Küche. Es fehlen mir ein paar Sachen, die ich brauche. Es ist schon eins am Morgen. Da sitzt da einer, der ist mit Koffe schlürfen. Ich sag dem Kerl, komm doch in die Küche. Jetzt so ein Tag, den er hat, sie brauche ich. Ich werde ihm seine Kehle durchschneiden. Und dann jedem seine Zungen ausreissen. Frisches Blut, Alametsch und Tomaten. Frische Zungen, Feuer und Braten. Frische Finger, total rasierte Menü, hat das Haar, ja das geht zu weit. Ich sag dem Kerl, komm doch in die Küche. Ich werde so ein Zutaten, den er hat, sie brauche ich. Ich werde ihm seine Kehle durchschneiden. Und dann wird im Sinne die Zungen ausreissen. Für den Salat frische Alköpfel. Und führt gar nicht durch Brustnippel. Abkackt johlen als Fleischmaschle. Abgeschnitten als mit Naseflügel. Ich sag dem Kerl, komm doch in die Küche. Ich werde so ein Zutaten, den er hat, sie brauche ich. Ich werde ihm seine Kehle durchschneiden. Und dann wieder zieh mich, um ihn aussenreissen. Ich werde so ein Zutaten, den er hat, sie brauche ich. Ich werde ihm seine Kehle durchschneiden. Und dann wird ihm seine Zungen ausreissen. Oh 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 Ja, meine Göttin, ich diene euch ein Fest, ja, ein Fest für euch. Ja, meine Göttin, ich diene euch.